In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die E-Funktion mit Hilfe der Ketten- und Produktregel ableiten kann. Nach kurzer Erklärung der Formel folgen natürlich auch Beispielaufgaben. Wir werden natürlich mit der Ketteregel anfangen. Ich werde an dieser Stelle versuchen, eine vereinfachte Sicht der Dinge zu zeigen und nicht zu vertieft in mathematische Details zu gehen. In erster Reihe müsst ihr nachvollziehen können, wieso E-Funktionen immer verkettet sind. Dafür nehmen wir als Beispiel dieser Funktionsterm hier. Und bei verketteten Funktionen muss man unterscheiden zwischen einer innere und einer äußeren Funktion. Sehr vereinfacht gesehen könnt ihr euch das Ganze so vorstellen. Das hier gehört alles zu der äußeren Funktion. Und die innere Funktion findet ihr dann im Exponenten oder in der Hochzahl der E-Funktion. Also das hier wäre dann unsere innere Funktion. Wenn wir jetzt nach der klassischen Kettenregel vorgehen, die eigentlich jedes Schüler mal im Unterricht gesehen haben sollte, wird eine verkehrte Funktion wie folgt abgeleitet. Also wir haben hier auf der rechten Seite einen allgemeinen Ausdruck für eine verkehrte Funktion, u von v von x, wobei u die grüne Funktion die äußere Funktion repräsentiert und v von x, die rote, die innere. Wenn man so einen Term ableiten möchte, dann muss man folgende Regel anwenden. Und zwar u' von v von x mal v' von x. Das sieht seltsam aus, aber heißt übersetzt, zuerst müssen wir die äußere Funktion ableiten, und zwar hier in dem Bereich, und dann multiplizieren mit der Ableitung der inneren Funktion. Und grundsätzlich werden wir natürlich zum Ableiten auch diese Regel verwenden. Allerdings kommt hier an der Stelle eine sehr gute Nachricht. Die äußere Funktion muss gar nicht abgeleitet werden, weil sich die e-Funktion beim Ableiten gar nicht verändert. Das heißt, die äußere Funktion wird jetzt in diesem Fall von uns nur abgeschrieben, und nur die innere Funktion muss abgeleitet werden. Also, wenn wir jetzt tatsächlich die Ableitung hier bilden wollen, dann müssen wir zuerst die komplette e-Funktion unverändert abschreiben. Das ist dieser grüne Term hier. Und dann multiplizieren mit der Ableitung der inneren Funktion. Also, die innere Funktion ist 3x plus 1. 3x plus 1 abgeleitet sind einfach 3. Deshalb hängen wir einfach hier hinten dran mal 3. Abgeleitet ist die Funktion jetzt schon. Allerdings, wenn es geht, und meistens tut es, ein bisschen noch zusammenfassen, 2 mal 3 sind natürlich 6, und so sieht dann der zusammengefasste Term aus. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Für den Fall, dass ihr im Unterricht den Begriff lineare Kettenregel gehört habt. Das ist eine vereinfachte Form dieser allgemeinen Kettenregel und nicht Teil dieses Tutorials. Wenn Bedarf und passenden Tutorial dazu, findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Und jetzt kommen natürlich ein paar kurze Beispielaufgaben dazu. Wir wollen diese Funktionen ableiten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch auf Pause drücken und erst mal selbst versuchen, diese Ableitungen zu bilden. Also, legen wir los mit der ersten Aufgabe. So, wie wir uns von vorher erinnern. Wenn wir jetzt die Ableitung bilden wollen, müssen wir in erster Reihe diesen Funktionsterm mit e unverändert abschreiben. Das mache ich jetzt auch. Also ein Drittel e hoch x plus 9. Und dann müssen wir noch die Ableitung der inneren Funktion bilden. Zur Erinnerung, die innere Funktion war hier der Exponent. Und wenn ich x plus 9 ableite, dann ist x abgeleitet 1 und die 9 fällt weg. Also, hinten käme theoretisch nochmal 1. Natürlich könnt ihr euch das auch sparen und sofort die e-Funktion abschreiben, ohne diese 1 hinten. Bei der zweiten Beispielaufgabe ändert sich eigentlich nicht viel. Nur die Tatsache, dass wir jetzt zwei verschiedene Funktionsterme haben. Das heißt für uns, wir müssen sie dann entsprechend getrennt ableiten. Wir fangen natürlich mit der ersten an. Also, ich schreibe wieder diese Exponentialfunktion ab. Und dann bilde ich erneut die Ableitung der inneren Funktion. Minus x abgeleitet sind minus 1. Das könnten wir einfach hier hinten dranhängen. Beim nächsten Schritt können wir das auch natürlich zusammenfassen. Dann unser zweiter Term. Das bedeutet, ich schreibe auch hier alles ab. e hoch 2x plus 3. Und dann leiten wir erneut die Hochzahl ab. 2x plus 3 abgeleitet sind 2. Deshalb kommt hier hinten einfach mal 2. Im letzten Schritt tun wir die zwei Terme noch ein bisschen zusammenfassen. 2 mal minus 1 sind minus 2. e hoch minus x. Und bei dem hinteren Term, minus 1 halb mal 2 ergibt natürlich minus 1. Also es reicht, wenn wir hier ein Minuszeichen schreiben. Und dann e hoch 2x plus 3. Die dritte Beispielaufgabe will ich dafür nutzen, um auf eine miese Falle hinzuweisen, die im Zusammenhang mit diesem e auftauchen kann. Also, wenn wir uns jetzt diese Funktionsterm ein bisschen genauer anschauen. Bei dem ersten Term, was wir ableiten müssen, befindet sich das x beim e oben Exponenten. Also es handelt sich um eine Exponentialfunktion. Bei den weiteren zwei Termen ist das nicht der Fall. e ist zum Beispiel hier mit Malverknüpft an das x. Und hier steht es alleine in der Gegend. Zur Erinnerung, e ist eigentlich die eulische Zahl und hat ungefähr den Wert 2,7. Und bei den hinteren zwei Termen muss man es auch als Zahl behandeln. Das bedeutet, die Kettenregel, die wir gerade gelernt haben, gilt hier nicht mehr. Also, wenn wir diesen Term jetzt ableiten wollen, dann können wir bei dem ersten Term das gleiche wie vorher tun, heißt das Ganze abschreiben und dann mal die innere Ableitung, die wir dann 4 in diesem Fall nehmen. Aber beim zweiten Term müssen wir die Grundregel der Ableitung benutzen. Damit meine Potenz- und Faktorregel. Kurz gesagt, die 3 geht nach vorne, vor dem e. Und dann die neue Hochzahl von x ist hoch 2. Und beim letzten Term handelt es sich um eine Zahl, die alleine ohne x in der Gegend steht. Deshalb verschwindet das Minus e einfach beim Ableiten. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen, dann können wir das nur hier vorne bei dem Term machen. Die 4 tut man normalerweise vor dem e schreiben. Dann haben wir 4e hoch 4x plus 2. Und hinten bleibt dann 3e x hoch 2. Also, denkt daran, e muss nicht immer nur im Zusammenhang mit Exponentialfunktionen auftauchen. Manchmal kann man es auch mit Potenzfunktionen oder anderen Funktionsarten mischen. Als nächstes schauen wir uns natürlich die Produktregel an. Hier macht es durchaus Sinn, wenn wir uns erstmal an die Formel erinnern. Die sieht dann wie folgt aus. Also eine Funktion f und x besteht aus einem Produkt aus zwei Teilfunktionen. Hier mit u und v bezeichnet. Und wenn man so einen Term ableiten möchte, dann muss man diese Regel hier anwenden. Übersetzt lautet diese Regel, erste Funktion ableiten, zweite abschreiben, dann die erste abschreiben und dann die zweite ableiten. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle für den Fall, dass ihr es im Unterricht vielleicht ein bisschen anders gesehen habt. Man kann natürlich die Reihenfolge dieser Terme auch vertauschen. Damit meine ich, man kann zuerst den hinteren Teil erledigen und dann plus den vorderen. Die Reihenfolge ist eigentlich egal. Und wir werden jetzt natürlich diese Formel hier anwenden, um diese Funktion hier abzuleiten. Für den Anfang eine kleine Begründung, wieso man hier überhaupt die Produktregel braucht. Naja, das Malzeichen ist ganz gut erkennbar an dieser Stelle. Allerdings kann auch sein, dass dieses Malzeichen fehlt. Trotzdem müsst ihr wissen, dass es dazwischen Malzeichen gibt. Die zwei Terme, die ihr hier seht, links und rechts, neben diesem Malzeichen, beinhalten beide die Variable x. Und das ist für euch das Wichtigste. Nur wenn das der Fall ist, benötigt man auch die Produktregel. Das heißt, wenn zum Beispiel statt dieser x hoch 2 nur eine 2 hier vorne stehen würde, dann bräuchten wir nicht unbedingt die Produktregel und könnten einfach nur die Kettenregel anwenden. Also, daran erkennt ihr, dass ihr eigentlich hier die Produktregel braucht, weil beide Terme die Variable x beinhalten. Was jetzt u und v ist, ist eigentlich ziemlich gut erkennbar. Das könnten wir zum Beispiel als u und das als v definieren. Und jetzt können wir die Regel anwenden, die rechts eingeblendet ist. Also, ich fange an, damit ich den ersten Term ableite. x² abgeleitet sind 2x und den zweiten abschreiben, also mal e hoch x. Plus, dann wird der erste Term unverändert abgeschrieben, x hoch 2 und dann die e-Funktion abgeleitet. Das heißt, e hoch x. Und theoretisch käme ich hier hinten mal 1, aber da könnt ihr euch natürlich auch sparen. Sehr wichtig ist, dass ihr am Ende noch zusammenfassend tut, vor allem für weiterführende Aufgaben. Und bei der e-Funktion gibt es eine besondere Art zusammenzufassen, die eigentlich immer ganz gut funktioniert. Wir wissen, dass sich die e-Funktion beim Ableiten nicht verändert. Das heißt, wir haben hier einmal e hoch x und den zweiten Term auf der rechten Seite auch noch einmal e hoch x. Und deswegen können wir diesen Exponentialanteil immer ausklammern. Also, das heißt, ich werde jetzt die e hoch x-Funktion vor der Klammer setzen und einfach nur hinschreiben, was noch übrig geblieben ist. Auf der linken Seite haben wir nur noch 2x übrig und auf der rechten Seite haben wir x hoch 2 mal 1. Das wäre natürlich plus x hoch 2. Noch einen wichtigen Hinweis an dieser Stelle, vor allem für weiterführende Aufgaben. Sehr häufig ist es der Fall, dass man hier auch ein bisschen mehr als nur die e-Funktion ausklammern kann. Das ist auch hier eigentlich der Fall. Ihr seht ja, rechts und links in beider dieser Terme steckt noch ein x. Also theoretisch könnte wir auch das x nach vorne ziehen. Ist allerdings für weiterführende Aufgaben nicht empfehlenswert. Und zwar, stellt euch vor, ihr müsstet jetzt noch eine zweite Ableitung bilden. Dann hättet ihr durch diese Ausklammermethode ein Riesenproblem. Deshalb, gebt euch einfach zufrieden, indem ihr nur dieser Exponentialanteil ausklammert. Damit könnt ihr auch die zweite oder die dritte Ableitung sehr einfach bilden. Und jetzt noch zwei vielleicht interessantere Beispielaufgaben, wo man die Kett- und Produktregeln mischt, was üblicherweise auch der Fall ist. Also wir fangen natürlich mit der ersten Aufgabe an. In erster Reihe solltet ihr erkennen, dass ihr hier die Produktregel braucht. Also das ist die linke und das ist die rechte Seite. Und beide Seiten beinhalten die Variable x. Ich definiere dann das hier als u und das hier als v. Und wir legen los. Also die erste Funktion wird abgeleitet. Das ist dann nur eine 3. Die e-Funktion wird unverändert abgeschrieben. Und dann plus 3x. Und jetzt kommt die e-Funktion dran. Zur Erinnerung, die e-Funktion ist eine verkehrte Funktion. Das bedeutet, wir schreiben sie erstmal unverändert ab. Und dann kommt mal die innere Ableitung. Das wäre in diesem Fall mal 4. Abgeleitet ist es. Aber jetzt geht es wieder um diese Zusammenfassung. Wir haben gesagt, wir schauen immer, dass wir nur diesen Exponentialanteil hier ausklammern. Das bedeutet, das ziehen wir nach vorne vor der Klammer. Und wir haben dann e hoch 4x minus 1. Klammer auf. Auf der linken Seite bleibt nur die 3 übrig. Und auf der rechten Seite haben wir 3x und mal 4. Das kann man auch zusammenfassen. Das sind dann entsprechend 12x. Und das wäre die saubere Form der ersten Ableitung. Und wenn jetzt zum Beispiel noch die zweite Ableitung notwendig wäre, könnte man wieder das hier als u und das hier als v definieren und loslegen. Und die letzte Beispielaufgabe sieht vielleicht beim ersten Blick ein bisschen verwirrend aus. Zwischen den beiden Funktionen ist da geteilt und nicht mal. Aber mit einer kleinen Termumformung können wir das Problem auch sehr einfach lösen. Das bedeutet, wir ziehen einfach den Nenner nach oben. Das heißt übersetzt, x hoch 3 bleibt dort, wo es ist. Und die e-Funktion wird nach oben im Zähler gezogen. Dabei ändert sich nur beim Exponenten das Vorzeichen. Also, es ist eine Potenzregel aus der 8. und 9. Klasse. Damit kann man immer Terme, die unter dem Bruststrich sind, nach oben Zähler ziehen. Spätestens jetzt erkennt ihr euren u und euren v und könnt wieder loslegen mit der Produktregel. Das machen wir jetzt auch. Also f' von x ist gleich. Das heißt, wir leiten zuerst u ab. Das sind 3x hoch 2 mal e hoch minus 2x plus. Dann wird u nur abgeschrieben, x hoch 3 und die e-Funktion abgeleitet. Also e hoch minus 2x und die innere Ableitung ist in diesem Fall minus 2. Am Ende geht es mal wieder nur um diese Vereinfachung. Zwar e hoch minus 2x, klammere ich jetzt wieder nach vorne aus. Und auf der linken Seite bleibt dann nur noch 3x hoch 2. Und auf der rechten Seite x hoch 3 mal minus 2 sind zusammengefasst minus 2x hoch 3. Und das wäre auch die Ableitung dieser Funktion. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch andere Themen, die interessant sind. Zum Beispiel die Extrem- und Wendepunkte von Exponentialfunktionen zu bestimmen. Dann anwendungsorientierte Aufgaben. Aber auch Verhalten im Unendlichen. Oder die Eigenschaften der E-Funktion wie Verschiebung, Streckung, Spiegelung usw. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.